Oh, ich hab so Hunger, ne? Oh, ich auch, ey. Ja. Pizza bestellen wir geil, oder? Nee, wir haben doch eine Küche. Lass doch wirklich mal Pizza bestellen. Guck mal hier. Aber das haben wir halt schon immer gemacht. Das war was Rutsch, ey. Eva, mach doch schon mal den Ofen an. Bist du doch schon fertig? Nein. Boah, das sieht aber lecker aus. Boah, ich hab's. Eklig. Boah, in dieser ekligen Schimmelköche kann man einfach nichts kochen. Boah. Vielen Dank.